Wir brauchen noch mehr Öfen. Ich hab noch 3 Öfen da hingemacht. Das ist halt reichen. Wir müssen jetzt auch nicht gleich gehen. Kann man nicht Lehm irgendwie schon zusammen stacken? Lehm kann man brennen. Ja. Dann Bricks draus machen. Ne man kann auch 6 draus machen. 4 nebeneinander. Dann mach ich da mal kurz. Dann haben wir eine Lehmkugel, die können noch drin bleiben. Die brauchen wir nicht. Die Eimer sind halt schon oft wertvoll. Redstone kann man auch zusammenfügen zu nem Redstone Block. Das mach ich grad mal. Aber die kriegst du nicht mehr auseinander. Doch die kriegst du ja auseinander. Einfach wieder auseinander bauen. Ne das geht nicht. Oder? Probierst mal mit einem. Ja man braucht einen Workbench dafür. Okay lass ich sie mal kommen. Ja das geht. Ja ne Workbench haben wir doch dann. Haben wir jetzt ne Workbench gebaut hier. Achso hier achso. Guck mal kurz. Ich baue mal schnell eine. Ja komm. Ja. Flur du kannst auch in die rechten Öfen mal noch ein bisschen reinmachen. Wo ist da was? Tobi hast du noch was nicht gebranntes? Irgendwelche Eisensachen oder so? Moment. Ja hab ich. Machst du sie in den mittleren Ofen rein? Ja ich hab da grad die Hühnchen reingehauen. Sorry. Dann packst du sie in den Hauptofen. Ja die ganzen Zettel. Oh vielleicht soll ich mal. Äh hat noch jemand mal. Irgendjemand mal da Essen rausgenommen. Hat mir auch jemand Essen für mich? Okay ne ich nehm die Hühnchen. Ja ja. Ich hab aber Sand auch noch was. Ich nehm einfach die Hühnchen. Die Äpfel hängen mir eh zum Hals raus. Eigentlich müssen wir alles mitnehmen was da drin ist. Ja wir können auch eigentlich fast alles mitnehmen. Wir können auch fast alles mitnehmen. Ja das geht. Ja die Fichtbesetzlinge die müssen zum Beispiel nicht mitnehmen. Doch doch die müssen mit. Wir haben nicht so viele. Nimm lieber welche mit. Nimm sie mit. Wir kriegen alles mit. Das ist okay. Das müsste eigentlich gehen. Hast du hier raus gebuddelt oder was? Ja ja da geht's auch. Mit Eisen kann ich doch auch so einen Block bauen oder? Oder geht das nicht? Ja schon mit Eisen kann ich auch so einen Block bauen ja. Aber jetzt warte erst um kurz dass du alles Eisen hast. Ich hab schon abwartig viel Eisen. Ich kann schon mal zumindest mal anfangen. Gold geht das auch. Achso du hast das so. Wegst du nachher schon wieder auseinander oder? Ja ja. Und wie hässlich die Eisenblöcke bei denen im Texturepacks sind. Weil unter dir ist ja noch ein Ofenflug. Ich nehme mal die Kohle raus. Ich werde jetzt eigentlich die ganzen Smaragd und Diamanten mitgenommen. Andi und der Andi ist gestorben. Ne ich hab auch noch welche in die Kiste reingepackt. Hat noch irgendeine Redstone? Die hab ich grad. Machst du sie bitte in die Kiste rein nochmal. Weil? Weil ich sie gern dritteln würde. Alles. Hä wieso? Damit falls einer stirbt nicht alles für wir verloren. Ja wir können ja nicht alles tragen. Wir fallen einfach nicht in die Lava rein. Das müsste schon gehen. Ne ne es geht mir hier. Nein ne ne nimm doch alles mit. Wir sterben nicht. Ne 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 nimm doch alles mit. Wir sterben nicht. Ja dann nimm ich halt. Ähh wer hat jetzt die Hühnchen mitgenommen? Schmeißt du ihn bitte da rein. Ich nicht. Da Tobi hat sie. Schmeiß sie da rein. Wo darfst du auch nicht? 12 12 15 Sag ich mal Redstone Ja, möchtest du? Dann mach ich noch Blöcke Ich hab ihn reingemacht Achso, dann mach ich noch Blöcke rein Du musst 9 Die Eier sind wichtig Eisen oder Gold Hat noch jemand normale Barren? Nee Eisen, ja Moment Zombie Du greifst nicht meine Freunde an Oh, eine Kartoffel Oh, eine Kartoffel Oh, eine Kartoffel Oh, eine Erdnuss Änderpärle, die müssen wir eigentlich mitnehmen Okay, also ich bin jetzt komplett voll Ich noch lange nicht Hast du getrunken oder was? Ich hab einfach alles rausgebracht Wenn jemand loses Eisen hat, reinschmeißen Ich hab Nicht Perfekt Mit Lapislazulu geht das auch, oder? Müsste ja Sorki escape Hat noch jemand Lapislazulu? Ja, ich mach dir gleich welchen Ich hab noch eine Piste Ah, der ist vor meinem Textjabek voll schick, der Block Oh Was, der Lapislazulu gibt, doch? Aha Der ist bei mir im Prinzip Im Prinzip blauer Brick, ungefähr Voll schick, schau mal Blauer Brick, voll schick Jo Der Tobi, der macht nicht glücklich Ja, sieht doch gut aus, Leute Oh, Leute Äh, das heißt jetzt genau die Sache? Weil die rechte Seite dann rausfliegt Äh, ja, so, okay Wusste ich nicht Ich hab nämlich noch ein paar von diesen Kischstäbern drinne Kann ich noch stecken Sollen wir jetzt die Öfen auch wieder mitnehmen? Ja, können wir schon, aber warte erstmal, bis alles fertig ist Ja, und dann noch was Ich hab's immer ein bisschen ausgewuddelt, damit wir den nicht vergessen Den hab ich dabei so schön hingesetzt, eigentlich Ja, damit er schön vergessen wird Ja, natürlich Ok, Mädels, wie sieht's aus bei euch? Es brennt immer noch, ne? Ja, ich hab's auch schön hingesetzt, eigentlich Wir brauchen noch Zeit Nicht, da war doch was drinne Ja, das ist fertig Ne, da war doch noch Gold drinne Ich bin so dumm Oh mein Gott, ich lass dich einfach mal machen Mach nochmal nen Ofen hin irgendwo Ja, ich hab's nicht aufgesammelt, Entschuldigung Ja, ich hab's Oh! Das war nicht zu slow Da ist ein Expo-Book Sie hat Beine bis zum Boden, ja, das ist ja sehr sinnvoll Was? Oh, ich hab keine Pfeile mehr Skelle, du musst sterben Oh ja, ihre Figur gehört verboten Luke macht einen ganz schön scharf Ja Oh, in ihrem Schritt wachsen Blumen Oh, noch nicht, irgendjemand kommt doch heute runter Ach, der Die soll sich vielleicht mal waschen Ich werd verwirrt, wenn ich dran denke Atme mit ihr die gleiche Ah, sie ist halt ein Goldblock gemacht Hä? Ja Ah, dann hab ich jetzt schon neun Schau mal, ob der Tag ist, okay? Ah, der Andi kann es auch noch sagen Ist Tag Andi, sag mal wieder die Koordinaten, bitte kurz Das ist nicht in die Welt 192, 253 Was? 192 192, 253 Oh! Da kommt ein Creeper langsam angekrochen Hast du noch loses Gold, Tobi? Ja Hast du loses Eisen? Hm, ja Ah, aber ich nicht Okay, also kannst du mitnehmen Hä? Ich hab... es hat echt perfekt gepasst, wie gut Willst du das Obst, äh, das Slapik dazu getragen? Ich bin mich da ein bisschen überfordert mit Ja, sehr gerne, danke Und möchtest du noch, äh, die Hälfte von meinen Sachen? Kommt drauf an was? Ich hab auch nicht mehr viel geplatzt Hast du Goldblöcke oder Eisenblöcke im Inventar? Eisenblöcke hab ich Dann nimm mal die Hälfte von meinen So Der ist leer, der Ofen Und der auch Jetzt noch die Kohle raus, weil War da noch loses Gold drin, wie viel hast du davon? Ah ja, kann ich noch mal einen machen, warte mal Ah, ihr könntest dann mir gehen, ich hab schon welche im Inventar Vorsicht, ich bin... 8, oder? Ich brauch 9 Ja, aber du hast 8, oder? Mhm Ich brauche, wenn ich mir nicht verfehle Wie cool ist auch draußen, da können wir eigentlich gehen Ja, dann baue ich noch die Öfen ab, und dann gehen wir Gut, ihr könnt schon mal hochhüpfen Ich warte draußen auf euch Müssen wir den Weg finden Ja, die Fakken hab ich immer auf den Boden gesetzt Damit ihr wisst, welcher das ist Äh... Ähm, ich find hier trotzdem nach dem ersten Mal hüpfen schon nicht weiter, Jakob Wir sind abgebogen, fällt abgebogen, glaub ich Ihr dürft nicht in den Gang reingehen, ihr müsst weiter einfach den gebuddelten Gang hoch Ja, aber hier ist keiner Doch, nach links rein gleich Wenn ihr einmal hochgeht, links, und dann wieder rechts Habt ihr die Kakteen mitgenommen? Ja Eigentlich Ah, Tobi, hier Tobi, Tobi, komm zurück Ja, sieht gut aus Entschuldigung, ich hätte da vielleicht eine Umrandung bauen sollen Ja, das war nicht so geschickt Oh, ich hab doch die Seite so klug Das hat man echt nicht gesehen, gell, Tobi Ja, stimmt schon, ich hab hier auch euer Eimer verlaufen Das hat sich gelohnt auf jeden Fall Da hüpfen die Namen Hüpf, 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 hüpf Hüpf, hüpf, hüpf Ja, das ist ein Wort, ja Echt? Ja Ja, guck mal, das Ei liegt, das sprintet da vorne weg Ja, Eier, Eier einsammeln, wir haben nicht so viel Hühner zu Ah, ich bin ins nächste Loch eingefallen Oh, ich bin tot Nein, du Arsch, echt Oh, hier geht's schon wieder rein, Leute Oh, hier geht's schon wieder rein, das Eisen Nein, Leute, halt auch Oh Mann, oh Eier einsammeln, allerdings Halt, aber killt die Hühner Nein, die Hühner müssen nicht killen, nur die Eier mitnehmen Ich will die Hühner killen Ich lass die aber zurück Dein Hass gegen Hühner macht mir Sorgen, Flo Sagt der, der vorher die Katzen gekillt hat bei der Jump Ja, bei Katzen ist ja was anderes Oh, Achtung, da geht's schon wieder irgendwo runter Irgendwie ist die Landschaft hier echt löchrig Äh, ich hab euch verloren, wo seid ihr? Verdammt Ja, da dauert weiter Richtung Dschungel, oder was? Ja Ah ja, ich seh euch, okay Will noch jemand die Melone mitnehmen? Na ne, die haben ja immer Melonen, sagen wir Aua Melonen wachsen doch gar nicht so, oder? Oh Der Club ist mein da Ah ja, ja, Entschuldigung Er sprintet nicht mehr, hallo? Der muss vielleicht was essen Isst du noch dem Jakob? Ja Ah, da hinten Ich hab nur noch deinen Namen gesehen gerade so am Horizont Ich müsste mir schon sagen, ich zu schnell bin für euch Glaub ich Bist du schnell, ja, wir sind schwer beladen Ja, ich genauso Ein ganzes Inventar ist voll Oh, das wird wie witzig jetzt im Ding das einfach zu sortieren Da ist ein Eier Ja, mit Joey, viel Spaß Ey, ich pack's einfach in die unsortiert Kiste rein Da hab ich mich ja erfolgreich drum gedrückt Ich pack's in die unsortiert Kiste rein Das soll jemand anders machen Richtig Hühnchen töten Okay, ich töte jetzt nur noch schwarze Hühner Wobei das kommt vielleicht falsch rüber Das ist... Das ist... Wurde ich weniger kritisch Schwarze Hühner? Ja, bei meinem Hexapack gibt's schwarze, braune und normale Bei mir nicht Bei mir nicht Bei mir auch nicht Bei mir sind alle grau Bei mir sind alle Katte und Frauen Ja, guck mir jetzt in die Höhle runter Ja, scheiß drauf Haha, ich möchte aber rein Hä, wieso? Und eine Schweinchenfamilie Naja, jetzt sollte die wir allein zurückfinden Naja Gruens, Gruens, Gruens Jakob, der Noob schwimmt Ja, ich hab auch grad gedacht Scheiße, ich muss ja hier hin Ich bin so schnell Huiiii, ich rase Boah, jetzt hab ich auch ganz schwindel Ah, den hüfte Tobi Wir wollen mal kurz umschauen Der Polymerase So, noch kurz einen Abstecher in die Hölle machen, einfach so Ja, mit allem Zeug Super Idee, ja Das ist gut Und mal so ein paar von diesen Schweinmenschen angreifen Ja, und dann alle herlocken Okay, ich geh mal kurz noch Hühner werfen Mach das Nimm meine Eier noch mit Nö Wollte ich kastrieren, oder was? Ja, bitte Ich bin so rallig in letzter Zeit Oh man Da, 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 da Diese pinken Schafe da Echt dramatisch Sortieren, ja Ich sortier ja so gern Genau